Herzlichst Willkommen in meinem Schulungszentrum ADESA EBC Nelster Baden-Württemberg. Ich bin die Sandra Hoffmann und ich schule hier seit über 20 Jahren für das Unternehmen ADESA EBC Nelster. Sie können bei dem Haus Schulungen buchen rund um Nageldesign, das heißt Gelnägel, Acrylnägel, Maniküre, lichthärtender Nagellack, bekannt als Gel-Lack, schulen wir hier in kleinen Gruppen im Einzeltraining, maximal drei Teilnehmer, immer Schritt für Schritt am eigenen Modell. Die nächste Schulung im Bereich Fußpflege, da schulen wir einmal Pediküre, kosmetische Fußpflege mit Gel-Lack, lichthärtem Nagellacksystem. Auch das ist eine Einzelschulung, wo wir den ganzen Tag nach Theorieunterricht in der Praxis an verschiedenen Modellen arbeiten. Im Wimpern-Bereich, Lash-Bereich, schulen wir einmal Lash-Lifting, Brown-Lifting, die Einzelhaartechnik ist eine Dreitagesschulung und dann natürlich auch den Aufbaukurs, die Volumenschulung. Auch diese Schulungen maximal kleine Gruppen, Einzeltraining oder zwei Teilnehmer. Wir schulen auch im Enthaarungsbereich einmal die orientalische Fadentechnik, das ist auch eine besondere Technik, wo wir auch an verschiedenen Modellen das erlernen. Und die ADESSA Soft-Zucker-Wheel-Technik. Schulen wir auch den ganzen Tag im Einzeltraining an verschiedenen Modellen bei uns hier im Haus. ADESSA ABC Nets der Baden-Württemberg und Judy Salam-Tetnang, wir freuen uns, Sie noch begrüßen zu dürfen. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk